Im Prinzip entwickeln wir Anlagen, die Karosserien zusammenbauen, vollautomatisch. Eine Karosserie besteht aus vielen kleinen Blechen, die zusammengefügt werden. Wir sind dazu da, eine Anlage zu entwickeln, die das vollautomatisch alles zusammenkommt. Wenn du einen Legostein hast, den irgendwo hinsetzen willst, würden wir uns bei Lego Roboter geben, wo wir den Greifer bauen und dann nimmt er den und kann den perfekt draufsetzen. Das machen wir eigentlich nur ein bisschen größer und ohne Lego. Das Arbeitsklima ist eigentlich so, dass jeder sich mit Du anspricht, jeder versteht sich, auch der Chef ist cool drauf. Letzten Sommer hat Kochtmann das 25-jährige Jubiläum gehabt und dann ist die ganze Firma nach Kärnten gefahren, in den Robinson Club und hat Urlaub gemacht. Musik Musik Schnell